Was haben wir denn jetzt hier? Ne, doch, hatte ich ja eigentlich, so, jetzt. Ne, du hattest nur den ausgesucht, aber nicht bereit gedrückt. So. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Aha, Strom ist in der Garage. Ah ja. Georgia. Harris. Bewegungssensor, EMF, Crucifix, ja klar. Das ist ja Georgia. Das ist, glaub ich, ne Sie. Bewegungssensor, EMF, ein Crucifix. Okay. Also, ich geh wieder. Rasche. Ja. Get a rush. Nachher mit Püppchen und Strählen. Mach ich mal den Schlüssel? Achso. Kein Püppchen. Kein Püppchen. Kein Püppchen. Und kein Knöschelchen. Okay. Kein Spiel. Ne, ne Spieluhr. Kein Spieluhr. Aber ein Affenhändchen. am üblichen platz keller sieht alles normal aus ich lasse auch mal hier die eigentliche tür auf ich lasse mal alle türen hier auf ich dachte wegen fliehen ich hab aufgemacht hier ist eine tür auf in dem schlafzimmer die eine hatte ich aufgemacht ach so hier ist der riesenknochen größer geht ja schon gar nicht mehr im wohnzimmer hier ist auch eine tür auf im kinderzimmer warte mal kinderzimmer und klo hatte ich komplett zugemacht ich war schon da drin ja hier flackert aber nicht Kinderzimmer und Klo und Babyzimmer hier Badezimmer hier ist auch ok ich hole aber eben ein Fotoapparat schon mal für ähm die Knochen das ist ja ein Flintstones Knochen Flintstones ja riesig wie vom Sauber ja oh ne ach hier ist sie war sie schon da? ja ich hab sie gesehen ich bin hier reingelaufen sogar ho oder kommen wir um das Finchen und ich mach eigentlich ich halt ne ich nehme erstmal nur, ach quatsch EMF 3 hier im Flur, ach hier ist auch eine Schranktür offen auch ich glaube die ist sogar direkt hier im Flur auch kann man ja gar nicht rein fliehen hier jetzt hier kann man höchstens rein die Schranktür hat sie aufgemacht du hast doch schon ein Fotoapparat ja liegt hier direkt am Gang das war äh ja hier haben wir das zweite Kreuz und Ultra Real Lodge was ist das hier EMF? nur 1er so, irgendetwas angefasst? ne hier die Tür, hier die Tür hier auch nix angefasst? auch nix aber 5er EMF aha ok schon nochmal ne Kamera aber über null ja ich weiß 5er EMF so j j keine F hm w-w-em-f hm hm nicht hier ist noch ok hm 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 hast du bewegungssensor ja einen erstmal warte da laufe ich jetzt gerade durch der geist ist schon durchgelaufen ich hab gehackt du mit dem geist hier im badezimmer habe ich mein thermometer in der licht bei mir hallo herr hoher geist rede mit uns sagen sie mal ist durchgelaufen hier aber auch noch was gesehen weil er hier auch die schranktür auf ist deswegen beunruhigt mich das guck mal ob der ultraviolette fußabdrücke hat was die hand fotografiert hier ist eine hand hier ist eine hand hier am schrank einer tür direkt in der mittel vom kreuz habe ich so jetzt gehen wir in die kamera so j das ist auch noch drin geister box ist raus kannst du ausmachen das dinge ja genau das ist der buch ist noch drin gefriert temperatur ist auch noch drin wo ist denn dieses schreckliche teil nur gar nicht ausmachen aber erst mal dieses grausame ding suchen im dunkel geht das schlecht so ich habe das buch auch für eine kamera gelegt oder hat sie die umgeschmissen habe ich noch eine stop so da so können wir dort sehen und das buch ja ob es ja auch noch dort und alles da war noch da war noch warte klar mit unserem oder nee war das mit taschenlampen ja genau aber die war nämlich unterm buch so ganz langsam gerade warte mal badezimmerkämmer haben wir auch noch da war noch ob ich habe ja da badewanne schon wieder da wieder noch mal dann bleibt es noch obakke obakke nur noch gmf ultraviolett und gas der orbis obakke so geil beweise geister was kommt er denn der obakke müssen der überhaupt da schwächen manchmal verwandelt sich die gar nicht erst einzigartige spuren stärken bei der interaktion mit der umgebung hin ist seltener eine spur dann sah sie nur vor und irgendwann mal anzulocken ok ja da haben wir ja alles so möchtest du die hand benutzen warte mal eben warte mal eben warum kann ich jetzt kein achso ich hab schon streichelt ok warte mal warte mal ich nehm nochmal hier warte mal was laufen hier wie viel hab ich denn noch du hast noch 86 achso warte mal ich hab noch eine kerze aufgestellt ach hast du schon ok ich hab ja auch noch eine kerze oh wow zwei kerze räucherstäbchen hab ich auch noch benutzt das gibt noch mal geld für extra ermittlungen ja 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 ich glaub schon auch wenn man so ein mikrofon aufstellen und so was gibt das alles extra nö weiß ich nicht keine ahnung aber wir haben ja jetzt auch noch ein foto dann von der kerze und so gemacht nimm mal hier das foto äh ist ein das geschleppt einfach mal auf oder die den das der 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 Oh Gott, nein, lass mich rein, aaaaaah! Was denn? Ich wollte nicht, ich hab die Ahncreme mitgenommen. Und dann ging die Tür plötzlich fast zu, vom Badezimmer. Ich glaub, jetzt haben wir alles, ne? Ja, ne? Oder? Ja. Oberhake, drei Sterne Salz, drei Sterne Fingerabdrücke, Knochen. Achtenpfote, zwei Schlüsse. Ja, willst du die Hand verwenden noch? Gibt's dann auch nochmal extra Punkte? Weiß ich nicht, aber ich wüsste nicht wofür. Es sind nicht wert zu sterben, ne? Na. Kreuz funktioniert ja nicht immer, haben wir ja mitbekommen. Ja. Okay. Okay. Okay, ich hab's nicht mehr zu verraten, ne? Okay. 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 Oh, Barking. Ah, GIP XP. ja die geister box freigeschauen